Super Familie haben wir hier, ey. Aber Tracy geht noch nicht aufs College. Oh mein Gott, ich bin in der falschen Klasse. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wir haben zwei Sterne, Freunde, als Tracy in GTA 5. Jo Leute, was geht? Heute gibt es mal wieder ein weiteres GTA 5 Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal als einen der Charaktere, die ich wahrscheinlich noch nie gespielt habe. Und zwar, könnt ihr es gerade sehen, Leute, wir sind Tracy the Center in GTA 5. Das heißt, wir spielen nämlich heute als die Tochter von Michael und schauen mal, was wir für Möglichkeiten haben. Wir müssen natürlich auch in die Schule gehen mit Tracy. Wir werden mal schauen, was sind so die Unterschiede, Freunde, wenn man zum Beispiel mit Tracy spielt. Aber wir werden uns heute mal anschauen, Leute, wie so das Leben von Tracy ist an einem Tag in Los Santos. Und ja, und falls euch dieses Video gefällt und falls ihr eine Episode mit Jimmy haben wollt oder irgendeinem anderen Charakter, schreibt eure Ideen dazu einfach, Leute, in die Kommentare. Der beliebteste Kommentar wird dann wahrscheinlich der Charakter sein, wenn ich in einer nächsten Episode spiele. Also lasst auf jeden Fall ein bisschen Support da. Wenn ihr neu seid, Freunde, lasst kostenlos einen Abonnenten. Also vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ganz, ganz wichtig, Leute, lasst ein bisschen Support da auf meinem zweiten Kanal. Oben rechts kommt ihr zu einem Video, das ich gestern gepostet habe. Wir haben nämlich die Star Wars Map in Fortnite gespielt. Und ja, lasst ein bisschen Support da, checkt es oben rechts aus. Und benutzt auch gerne den Creator-Code ID Knight. Achso, und der Gewinner der 10-Euro-PSN-Karte, Leute, ist hier unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast sie gewonnen. Und ich werde dir auf jeden Fall die per Instagram-Direct-Nachricht direkt zuschicken. Und ja, auf jeden Fall nicht traurig sein, falls ihr nicht gewonnen habt, Leute. Es wird weiter ein Gewinnspiel geben. So, Freunde, wir starten das Spiel ganz normal in Tracys Zimmer. Und Tracy macht halt Dinge, die sie immer macht. So in First Person. Wir machen für uns gerade die Nägel. Also keine Ahnung, warum. Aber Tracy macht sich gerade wahrscheinlich die Nägel. Wir könnten natürlich erstmal ihr Zimmer abchecken, was da so gerade für Sachen abgehen. Wir gehen einmal kurz ins Internet. Was haben wir hier? Also wir wissen jetzt nicht, was Tracy im Verlauf hat. Aber hier steht zum Beispiel Webseite der Minute. Your new baby's name. Okay, der schwerste Teil ist ausreichend Namen zu finden. Alles klar. Tracy, ich würde sagen, das ist noch zu früh. Tracy, es ist noch zu früh. Okay, Freunde. Hat ein bisschen gedauert aufzustehen. War ein bisschen komplizierter. Also schauen wir uns erstmal kurz in ihrem Raum, in ihrem Zimmer, um was sie denn alles so... Okay. Jo, sie guckt sich so komisch an. Alles klar. Okay, ich verstehe das nicht. So, hier sind das Bild der Großeltern. Hier haben wir offensichtlich den Hund von Michael. Dazu habe ich mehrere Videos auf meinem Kanal gemacht. Ähm, dazu haben wir hier noch diesen Teddybären und diesen anderen. Und diesen Teddybären, ganz kurze Insider-Informationen. Könnt ihr übrigens auch im Vanilla Unicorn im Backstage-Bereich finden. Also wenn ihr wissen wollt, Freunde, was Tracy so im Hintergrund macht. Wir werden da jetzt nicht hingehen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Aber falls ihr das selber mal auscheckt, geht ins Vanilla Unicorn. Ihr werdet diesen lila Teddybären trotzdem da finden. Und ich frage mich gerade, was sind das für Freundinnen? Die habe ich erstens noch nie in GTA 5 gesehen. Und zweitens habe ich sie auch noch nie zu Hause gesehen. Also, ich weiß jetzt nicht. Merkwürdige Leute. Okay, und ich check mal kurz, wie viel Geld wir haben. Leute, wir haben nur 21 Dollar. Ähm, das ist nicht wirklich viel. Also, für eine Tochter ist es wahrscheinlich genug. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall Geld, um shoppen zu gehen. Und hier ist natürlich auch unser Bruder Jimmy. Was geht ab, Alter? Was geht, Bruder? Bruder Erz, was geht? Ja, das war es dann auch schon wieder. Jimmy spielt mal wieder irgendwie Virtual Reality, wo der Fernseher nicht an ist. Merkwürdig. Da ist das Hausmädchen Consuela, oder wie sie heißen. Dankeschön, dass Sie das Haus sauber halten. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür. Dann haben wir hier offensichtlich noch ein paar Tickets von Fly US. Wohin geht es denn? Nach Nordjenken. Okay, keine Ahnung, warum Michael nach Nordjenken will. Ähm, jedenfalls, Freunde, hier ist natürlich Michael, unser Vater. Bro, äh, warte mal. Papa, kann ich Geld haben? Kann ich Geld haben für shoppen? Nein. Was heißt hier? Nein. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht anschubsen. Ich brauche doch nur 50 Dollar. Oh mein Gott, er guckt schon so böse. Kannst du mir bitte 50... Bitte 50 Dollar, komm schon. Gut, 5 Dollar? Nein? 1 Dollar? Nicht mal 1 Dollar. Okay, das super Vater bist du, ey. Super, dass ich nicht mal 1 Dollar Geld bekomme, um ein bisschen shoppen zu gehen. Super Familie haben wir hier, ey. Unsere Mutter ist natürlich draußen sonstig. Man kennt es nicht anders. Wir müssen, Freunde, nämlich in die Schule gehen. Wir haben jetzt aktuell 10.59 Uhr. Sind natürlich zwei Stunden zu spät. Ich kann mir schon vorstellen, warum mein Vater mir kein Geld gegeben hat. So, okay. Wo ist unser Auto? Wir brauchen unser Auto. Okay, das ist Amandas Auto. Wir wissen, das ist das Auto unserer Mutter. Das ist das Auto unserer Vaters. Aber ich weiß nicht, wo mein Auto ist. Leute, ihr kennt doch, was das Auto von Tracy ist. Das ist ja dieses kleine Mini-Cabrio-Dach. Das sieht aus wie so ein VW-Polo als Cabrio. Es ist merkwürdig zu erklären. Aber das Auto steht nicht hier. Und ich weiß nicht, wo mein Auto ist, ne? Das bedeutet, wir können jetzt keines dieser Autos nehmen. Weil wenn wir eins der Autos nehmen, boah, der Michael wird komplett ausrasten. Der würde echt völlig außer sich sein. Deswegen nehmen wir einfach mal, Freunde, das Taxi, um in die Schule zu kommen. Und hoffentlich kommen wir nicht zu spät, Leute. Wir dürfen nicht zu spät. Wir sind schon zwei Stunden zu spät. Aber wir müssen uns beeilen, dass wir überhaupt noch heute in die Schule ankommen. Warte mal, was war denn die Nummer nochmal für ein Taxi? War das 911? Ne, 911 ist eine ganz andere Nummer. Obwohl, wir rufen einfach mal 911 den Notfalldienst an. Es ist ein Notfall. Wir müssen in die Schule kommen. Ja, hallo, Notrufzentrale. Ich brauche einen Notarzt. Nein, das brauche ich nicht. Einen Notarzt brauche ich nicht. Feuerwehr auch nicht. Polizei auch nicht. Wie war nochmal die Nummer fürs Taxi? Wir haben ein Problem, Leute. Wir haben ein Problem. Wir haben weder die Nummer meines Vaters, meiner Mutter. Wir haben gar keine Nummer. Es ist schon 11.26 Uhr. Wir kommen definitiv zu spät. Also, das steht jetzt mal schon ganz klar außer Frage. Autos können wir auch nicht nehmen. Wir sind schließlich hier nicht in Grand Heft Auto. Das sind wir hier nicht, Freunde. Wir müssen hier alles in den Regeln spielen mit Tracy. Okay, Freunde. Ich habe mir jetzt kurz mal nachgelesen, wie man die Nummer anrufen kann. Es ist nämlich 3, 2, 3 und 7 mal die 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wird angerufen. Besetzt. Nein, bitte nicht. Okay. Keine Ahnung, Freunde. Wir haben definitiv ein Problem. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach das Auto von Amanda. Obwohl, Michael hat abgeschlossen. Ach, nee. Ja, gut. Das wird schon keiner merken. Wir nehmen jetzt einfach ein Auto, das hier irgendwo geparkt ist. Wird schon hoffentlich keiner merken. Gehen wir mal zu den Nachbarn rein. Haben die hier ein Auto? Nein, die Nachbarn haben keine Autos. Übrigens, ich habe noch nie hier diese Nachbarn gesehen. So, hier ist doch ein schönes Auto. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Auto. Wir nehmen. Wow, Alter, das ist wirklich top Lackierung. Also, wer auch mal diese Lackierung ausgesucht hat. Echt, der Typ hat Geschmack, Leute. Okay. Tracy, sei ruhig. Bitte nicht so laut. Bitte nicht so laut Auto knacken. Wir haben zwar den Führerschein, aber das gibt uns nicht das Recht, hier einfach so ein Auto zu nehmen. Denkt dran, Freunde. Immer in die Straßenverkehrsordnung. Was für Straßenverkehrsordnung. Wir gehen jetzt schnellstmöglich zur Schule. Es ist mittlerweile schon 12.23 Uhr, ne? Normalerweise, Freunde, ist die Schule so 13 Uhr, 30, 14 Uhr, 15 Uhr. Es kommt darauf an, welchen Jahrgang man ist. Aber Tracy geht noch nicht aufs College. Tracy ist nämlich noch in der normalen Schule. Und das bedeutet, dass wir eigentlich um, keine Ahnung, um 8 hätten wir eigentlich da sein müssen. Aber wir wollen wenigstens überhaupt ankommen. Und ich habe den Weg vergessen. Achso, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, wir müssen hier lang, wir müssen da lang. So, und ich glaube, jetzt müssen wir rechts gehen. Nee, hier ist der Parkplatz. Obwohl, wisst ihr was? Eigentlich müssten wir tatsächlich auf dem Parkplatz hier parken. So, machen wir alles cool. Wir tun jetzt mal so, als wäre das unser Auto. Nehmen wir uns den Parkplatz. Parken das Auto, Freunde. Und super geparkt, Tracy. Herzlichen Glückwunsch, da an der Stelle. So, jetzt müssen wir in die Schule. Komm, komm, komm. Lauf, Tracy, lauf. Lauf um dein Leben. Also, es geht jetzt nicht um dein Leben. Aber lauf auf jeden Fall. Du musst doch heute in die Schule kommen. Da steht einfach ein Rolls-Royce. Da steht einfach ein Rolls-Royce auf der Straße. Okay, hier haben wir einen Rolls-Royce. Da sind auch ein paar Personen, die stehen einfach so. Was war das? Die Schulklingel hat geläutet. Wir müssen rein. Wir müssen rein in den Unterricht. Okay, wie viel Uhr haben wir? 13 Uhr 12. Ich glaube es nicht. Wir müssen aber wenigstens auch Anwesenheit kontrollieren. Komm, schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Dann können wir uns später den Rest angucken. Einfach reingehen. Jetzt sind wir drin, Freunde. Wir sind in der Schule. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Okay, ist das unser Klassenzimmer? Okay, der Lehrer ist hier. Der Lehrer ist hier. Herr Lehrer. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Sie verstehen es? Es ist kein Problem? Okay, gut, Alter. Das ist Ehrenbruder. Leute, das ist Ehrenbruder Fernando. Ehrenbruder Fernando. Unser Lehrer, Herr Fernando, ist echt Ehrenbruder. Das ist natürlich... Ach, warte. Ich bin der falschen... Oh mein Gott. Ich bin der falschen Klasse. Der Typ ist mittlerweile, glaube ich, 40 oder so. Ich glaube, das ist hier die Schule zum Nachholen. Okay, ich bin in dem falschen Klassenzimmer gerade. Wir müssen in das andere Zimmer. Okay, so, das ist unser richtiges Klassenzimmer. Okay, das ist unser richtiges Zimmer. So, Davy? Davy, sind Sie der Lehrer? Okay, der hat ein bisschen zu viel Kaffee, Leute. Davy, es tut mir leid. Herr Norton, Herr Norton, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich hatte Probleme mit der Familie. Sie wissen es ja. Michael ist ja nicht so der beste Vater. Deswegen tut es mir sehr leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ist alles cool. Alles klar. So, dann setzen wir uns hier hin. Machen wir überhaupt Unterricht? Ah, okay. Der Typ macht irgendeinen Test oder so. Checklist. Anwesenheitsliste. Anwesenheitsliste, Bruder. Anwesenheit kontrollieren. Ich bin da. Ich bin da, Bruder. Ich bin da. Dann haben wir hier natürlich... Ich glaube, der Typ ist jetzt gerade zum Referendar. Der ist hier am Neu dazugekommen. Guten Tag, mein Name ist Mrs. DeSenta. Sie sind... Sie wollen nicht sprechen. Sie wollen wirklich nicht sprechen? Okay. Trinken Sie nicht so viel Kaffee. Das tut Ihnen nicht gut. Ich sehe es in Ihren Augen. Die sind schon rot. Halt... Nicht Kaffee trinken. Oh mein Gott. Okay. Okay. Einmal kurz hier hinsetzen, Leute. Einmal kurz hier hinsetzen und dem Lehrer folgen. So. Zwei Stunden später. Okay, Freunde. Wir haben jetzt 17 Uhr. Das bedeutet Schulschluss. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen... Hier haben wir doch einen netten Typen. So. Hey. Warte mal. Ich mach mal... Ich mach mich mal kurz hier ein bisschen beliebt. So. Hey. Ich bin... Wir kennen uns ja schon, ne? Aber ich hab mal so gedacht, Hans, sollen wir uns vielleicht mal eventuell treffen? 20 Uhr? 20 Uhr bei mir? Danke. Alles klar. 20 Uhr treffen wir uns mit diesem Typen. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Ist ja eigentlich auch egal, wie der heißt. Oder warte mal kurz. Du willst doch jetzt mitkommen? Was steht auf deinem T-Shirt? Was ist das für ein T-Shirt? Legit, Freunde. Ich dachte nicht, dass er sowas durchzieht. Aber ich glaub, du bist ein krasser Typ. Okay. Dann komm gerne mit. Ähm. Wir gehen dann jetzt am besten zu mir nach Hause. Kommst du mit? Achso. Ne. Warte mal. Du kannst nicht... Du kannst so in dem Outfit kannst du nicht mitkommen. Hol dir definitiv ein anderes T-Shirt. Ich werd dich definitiv nicht so reinlassen. Also mein Vater wird dich komplett zerstören. Wir treffen uns 20 Uhr einfach. Alles klar. So. Dann gehen wir jetzt einfach, Leute, wieder raus. Es ist mittlerweile schon 18 Uhr. So. Okay. Der Astrologie-Club. Okay. Soll ich mich dir dafür jetzt anmelden? Nein, danke. Da werd ich definitiv nicht reingehen. Aber es scheint hier echt viel Party abzugehen, Freunde. Die Schule ist vorbei. Viele Leute sind aber immer noch hier. Also wollen hier noch lernen oder ein bisschen chillen. Viele Dinge machen. Also es ist sehr, sehr cool, was hier auf jeden Fall abgeht für Sachen. Finde ich sehr, sehr cool. So. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Das war ein Versehen. Es tut mir leid, Officer. Es war ein Versehen. Also ich hab aus Versehen gegen ihn getreten. Aber bitte, bitte, bitte nicht Polizei. Bitte nicht Polizei. Meine Eltern würden mich komplett zerstören. Oh. Oh. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Es war wirklich nur ein Versehen, Officer. Bitte lassen Sie mich gehen. Okay, da ist ein Golf-Caddy. Da ist ein Golf-Caddy. Den nehmen wir kurz. Dann hauen wir ab. Dann hauen wir ganz schnell ab, Freunde. Oh mein Gott. Sie schießt auf mich. Sie schießt auf mich. Oh mein Gott. 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 So. Wo ist unser Auto? Hey, die haben unser Auto genommen. Das Auto kann ich mich schon mal verabschieden. Wenn die jetzt sehen, dass ich das Auto nehme, dann bin ich komplett dran. Okay. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Komm. Tun so, als wäre das unser Auto und wir haben uns einfach den Autoschlüssel ver... Oh mein Gott. Das Auto ist sogar offen. Wir müssen definitiv los. Wir können ja nichts benutzen. Wir können... Oh. Vorsicht. Oh. Wir müssen schnell hier nach Hause. Wir müssen schnell nach Hause. Unsere Eltern... Erstens. Unsere Eltern fragen uns sich bestimmt schon, wo wir sind. Fragen sie sich wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen definitiv erstmal entkommen. Diesen zwei Sternen. Huh. Junge, Junge, Junge. So. Okay. Wir verstecken uns. Wo verstecken wir uns jetzt? Tracy kann übrigens sehr, sehr gut Auto fahren. Also ich weiß nicht, woher sie das gelernt hat. Aber sie kann auf jeden Fall gut Auto fahren. Alles klar. Okay. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind entkommen. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause fahren. Wir haben immer noch unsere 21 Dollar. Also mit shoppen wird das jetzt eh nichts mehr. So. Ich stelle das Auto am besten da ab, wo ich das erste genommen habe. Damit die Eltern keinen Verdacht schöpfen. Und dann ist es auch gleich 20 Uhr. Und dann müsste eigentlich auch schon der Freund ankommen. Also der Freund von Tracy, Freunde. So. Er ist auch schon angekommen. Was habe ich dir gesagt? Du sollst dein T-Shirt wechseln. Ist dir das so egal? Alles klar. Okay. Ich weiß nicht, wo er dieses T-Shirt gekauft hat. Wahrscheinlich im Luxusgeschäft. Jetzt müssen wir uns ranschleichen, dass unser Vater... Ähm. Yo. Was geht? Ey. Was geht? Michael, Alter. Du alter Kollege. Ähm. Ich bin ein bisschen spät. Tut mir leid. 20 Uhr. Aber ey. Ich war zu spät in der Schule. Ist doch besser, wenn ich länger in der Schule bin als nicht. Oder? Ist es nicht besser? Okay. Ich habe jemanden mitgebracht. Der Typ heißt Frederik. Frederik und ich wollten jetzt bei mir im Zimmer zusammen lernen gehen. So. Wir wollten heute lernen gehen. Ja, er wird nicht lang bleiben. Wir wollen nur lernen. Wir wollen die Hausaufgaben nachmachen, damit ich nächstes Mal nicht zu spät komme. Ist das in Ordnung? Okay. Alles klar. Dankeschön. Okay. Dann hier ist mein Zimmer. Ähm. Dann können wir in Anfrug... Dann können wir lernen gehen. Ihr wisst Bescheid. Wir können jetzt lernen gehen. Ähm. Jimmy ist nicht in seinem Zimmer. Das ist... Also... Das ist gut. So. Dann haben wir hier fast sturmfrei. So. Okay. Ähm. Ich zeige dir mal hier die Hausaufgaben von heute. Okay. So, Freunde. Wir sind jetzt wieder zu Michael gewechselt. Und, ähm, so. Was macht unsere Tochter hier? Was macht unsere Tochter? Lernen. Alles klar. Okay. Wenn unsere Tochter lernt, dann sollte alles in Ordnung sein. Ich sollte allerdings trotzdem mal kurz zur Sicherheit nachschauen, was sie da wirklich... Tracy. Das hört sich nicht nach Lernen an. Tracy. Tracy hat... Nein. Sie hat die Zimmertür abgeschlossen. Tracy. Tracy. Oh, oh. Dieser Typ, Alter. Wenn der rauskommt, ich werde den komplett zerstören. Okay. Jimmy. Du sorgst hier für Recht und Ordnung. Also, keine Ahnung, was du machst. Aber egal. Mach dein Ding halt. Okay. Hey, Tracy ist ruhig, ey. Das ist mir jetzt... Ah. Okay. Keine Ahnung, was Tracy da mit dem Typ macht. Aber definitiv nicht lernen. Und ja, Freunde. Ich würde auf jeden Fall mal an der Stelle sagen, das war so ein typischer Tag von Tracy the Center. Ich fand ihn persönlich relativ interessant. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr einen weiteren Charakter haben wollt, den wir mal spielen sollen. Ob es Amanda ist, ob es Jimmy ist oder irgendein anderer Charakter. Schreibt dazu einfach, Leute, in die Kommentare und der meistgelikedeste Kommentar, den werde ich mir mal anschauen und mal gucken, ob ich es auf jeden Fall in die nächste Episode da mal reinpacke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, Freunde, kostenloses Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos. Ich würde auf jeden Fall sagen, benutzt gerne Kreatorquart.id9. Checkt unbedingt mein neues Fortnite-Video aus, Leute. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Eidizock ist raus. Haut rein, Freunde. Ciao.